Die Welt der Spiele wächst absurd schnell und hat inzwischen die Musik- und Filmindustrie zusammen in den Schatten gestellt. Du kannst dir also vorstellen, dass immer mehr Menschen den Beruf des Spielers in Erwägung ziehen. Vor allem einer der neuesten Trends der Branche weckt schnell das Interesse der Spieler. Es ist nämlich das Geschäftsmodell des Play-to-Earn, denn es ermöglicht Spielern für das Spielen von Spielen Belohnungen zu erhalten und das oft in Form von Kryptowährung. Diese NFT-Play-to-Earn-Spiele bieten den Spielern die gleiche Möglichkeit, Belohnungen zu verdienen und gleichzeitig die Vorteile von NFTs zu nutzen. Und heute gibt es eine wachsende Zahl von Krypto-Ökosystemen, die hoffen, den Spielern NFT-Play-to-Earn-Spiele anbieten zu können. Aber auf welches Pferd solltest du in diesem Rennen setzen? Deshalb mache ich dir dieses Video und stelle dir die wichtigsten NFT-Play-to-Earn-Ökosysteme vor, die du im Jahr 2022 im Auge behalten solltest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß! Und wenn du aus dem Krypto-Bereich deutlich mehr herausholen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, auf meiner Patreon-Seite vorbeizuschauen, denn dort erwartet dich ein wöchentlicher Bericht mit bevorstehenden Projektstarts mit Potenzial. Dann bist du bei so Brechern wie Solana von Anfang an mit dabei. Zudem stelle ich dir auch die besten kommenden NFT-Projekte vor, dann kannst du nämlich investieren, bevor es die ganze Masse macht. Ebenso stelle ich dir noch sehr kleine Projekte unter 5 Millionen Market Cap vor mit enorm viel Wachstumspotenzial. Tipps und Tricks gibt es natürlich auch noch und auch Einsicht in mein eigenes Portfolio mit Kaufansagen. Das alles solltest du auf keinen Fall verpassen, der Link ist in der Videobeschreibung. Einer meiner Favoriten ist Helikon NFT. Mit seinem Slogan Play, Mine, Earn definiert sich Helikon NFT als Team für NFT-Spiele. Nur besser. Helikon NFT ermöglicht nicht nur die Veröffentlichung von Spielen durch sein leistungsstarkes NFT-Ökosystem, sondern vereint auch NFTs, DeFi und Spiele auf einem hochliquiden und gemeinschaftsorientierten Marktplatz namens Agora. Durch die neuen Liquiditätspools, den Smart Yield Aggregator, die dezentrale Abstimmung und die Master NFTs überträgt Agora die Kontrolle über das Ökosystem und die Generierung von Einnahmen an diejenigen, die ihre Zeit und Kreativität darin investieren. Die Master NFTs unterscheiden sich von herkömmlichen NFTs dadurch, dass sie ihren Inhabern für alle Mining und Handelsaktivitäten belohnen, die in ihrem jeweiligen Liquiditätspool stattfinden. Um ein wirklich dezentrales System zu gewährleisten, können Master NFTs nur 24 Stunden lang gehalten werden und müssen mit LP-Tokens gekauft werden, die für das Staken von Helikon Drachma Token und USDT belohnt werden. Letztendlich ist Helikon NFT für Gamer, Entwickler und Kreative gedacht. Durch die Fähigkeit von NFTs, die Urheberschaft an jedem NFT zu behalten, verdienen die Schöpfer Tantiemen für jede Transaktion, an der ein NFT beteiligt ist. NFTs können Karten, Mods, gespeicherte Spiele, Kosmetika, Sammelkarten, einfach alles enthalten. Stell dir einfach mal die Möglichkeiten vor. Als nächstes möchte ich dir den Engine Marktplatz vorstellen. Engine ist ein Play-to-Earn-Projekt, bei dem Nutzer Webseiten erstellen und digitale Läden einrichten können. Und während der Schwerpunkt auf NFTs aller Art lag, hat Engine Schritte in Richtung eines Blockchain-Gaming-Ökosystems unternommen. Ihr neuestes Projekt, das Affinity Metaverse, erhielt kürzlich eine Finanzierung in Höhe von 100 Millionen Dollar. Der Affinity Metaverse Fund unterstützt die Entwickler des Netzwerks, insbesondere diejenigen, die sich auf die Entwicklung von Spielen und NFTs konzentrieren. Engine will einen Raum für Gaming-Projekte, Mixed Reality-Erfahrungen und virtuelle Event-Netzwerke sein. Engine arbeitet auch an Metaverse und NFT-Projekten, um mehrere Ketten zu integrieren. Das Netzwerk konzentriert sich zwar immer noch in erster Linie auf NFTs, will aber mit diesem Fonds auch andere Welten in Metaverse erschließen. Mit Engine kannst du deine eigenen NFTs erstellen und sie im Netzwerk hosten. Das Netzwerk bietet eine einzigartige Benutzeroberfläche für Entwickler. Über die Leistungsfähigkeit des Engine-Tokens lässt sich jedoch noch nicht viel sagen, denn er kämpft seit seiner Einführung damit, die 4 Dollar Marke zu knacken, was er auch schon geschafft hat, aber sie zu halten, das hat er noch nicht gepackt. Als nächstes möchte ich dir Ulti Arena vorstellen. Ulti Arena ist ein NFT-Marktplatz, der sich an Entwickler, Gamer, Freiberufler und Profis richtet. Künstler können hier miteinander interagieren und ihre Werke, Freunden und anderen Spielbegeisterten vorstellen. Ulti Arenas Hauptaufgabe ist es, Spielekünstlern und Entwicklern eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre Arbeit zeigen können. Die Plattform ermöglicht es ihnen, Kunst, NFTs, 2D und 3D Assets zu erstellen, um sie in der Spielewelt zu präsentieren. Die Plattform ermöglicht es, zu kommunizieren, zu diskutieren, zu lernen und Zertifikate für NFT-Spiele zu erhalten. Neben der Plattform hat Ulti Arena auch die Ulti-Token eingeführt, die Investoren mithilfe des Proof-of-Gaming-Konsens schürfen können. Wenn Spieler spielen, verdienen sie mehr Ulti-Token. Ulti Arena will sich das derzeit schnell wachsende Play-to-Earn-System zunutze machen. Du solltest auf jeden Fall mal auf dieser Plattform vorbeischauen. Eine weitere Plattform, die Investoren und Gamer 2022 im Auge behalten sollten, ist der Air-NFT-Smarktplatz. Dieses Netzwerk ermöglicht es nämlich Entwicklern im Blockchain- und NFT-Bereich, NFT-Assets für weniger als einen Dollar zu prägen. Das Air-NFTs-Netzwerk stellt Tools zur Verfügung, mit denen Entwickler NFTs erstellen und Geld verdienen können. Außerdem vereinfacht es den Arbeitsablauf und macht die NFT-Produktion einfacher. In diesem Netzwerk kannst du auch Spiele als NFT erstellen und die damit verknüpften Gewinne einstreichen. Das Netzwerk integriert seinen eigenen Token, den Air-Token, der als Grundlage für Belohnungen und Transaktionen dient. Du kannst NFTs entweder mit dem Air-Token oder mit BNB tauschen. Um deine Chancen auf Belohnungen zu erhöhen, kannst du mit deinen NFTs staken, barmen oder sogar spielen. Und zu guter Letzt möchte ich dir noch Altura vorstellen. Altura bezeichnet sich selbst nämlich als die Spiele-Plattform der nächsten Generation, die NFT- und Blockchain-Technologie nutzt. Die Plattform behauptet, die Zukunft des Spiels zu gestalten. Altura verfügt über ein Entwickler-Dashboard, das den Erstellern von Gaming-NFTs hilft und das Gesamterlebnis mit seiner API-Schnittstelle vereinfacht. Altura nutzt auch ein Gaming-Forum, um kommende Projekte und die neuesten Entwicklungen zu vermarkten, um den Entwicklern bei der Entdeckung zu helfen. Altura führt einen Marktplatz für den Handel mit NFTs ein. Jeder hat die Möglichkeit, auf diesem Marktplatz Angebote einzustellen. Sobald Spiele-Sammlerstücke und Gegenstände verifiziert sind, werden sie vom Rest auf einen anderen störungsfreien Marktplatz getrennt. Altura verfügt auch über einen eigenen Token, wie du sehen kannst, der das Spiele-Netzwerk antreibt. Da sich das Konzept des Play-to-Earn immer mehr durchsetzt, müssen die Entwickler die besten Plattformen kennen, um ihre Projekte zu starten. Die gerade genannten scheinen meiner Meinung nach die besten Aussichten für die Zukunft des Gaming zu haben. Die von diesen Projekten eingeführten Richtlinien sollten die Einnahmemodelle für Spiele optimieren und den Integrationsprozess vereinfachen. Jedes dieser Projekte könnte eine spannende Gelegenheit für DeFi und Spiele-Begeisterter sein, die du im Jahr 2022, wenn du einer von diesen Menschen bist, im Auge behalten solltest. Im Allgemeinen war das natürlich keine Finanzberatung. Bitte mach noch deine eigenen Recherchen, bevor du in ein Projekt investierst. Ich hoffe, dieses Video konnte dir etwas weiterhelfen und ich würde mich freuen, wenn du noch einen Daumen nach oben dalässt. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!